. Die NDR Talkshow heute mit ... Reinhold Beckmann über Nachmittage vorm Dual-Plattenspieler. Seine besondere Beziehung zu Bremen und ein lebenslanges Freiticket. Nadeschda Brenneke über eine wundersame Sieben, ein Doppelleben und Hamburgs berühmteste Bankräuberin. Nikolaus Gelb über die Stimme des Meeres, eine frühe Liebe zu Ozeanen und seine berühmte Ziehmutter. Helene Fischer über erfolgreiche Farbenspiele, ein kleines Glück und eine große Stadiontour. Desiree Nick über die magiegelber Haare, Arschterrassen und was uns Mutti dazu rät. Gesa Schön über die Geilheit des Bivas, verbotene Düfte und das Talent, den richtigen Riecher zu haben. Hans Hermann Thielke über Durst auf Damen, Hochkultur in Heiligenhafen und Stolpersteine im Steuerparadien. Auch heute wieder ihr Gastgeber Hubertus Meier-Burckhardt. Vielen Dank. Und ihr wunderbarer Gastgeberin Barbara Schöneberger. Danke sehr. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich meine, was für eine Gäste-Schar. Herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen NDR Talkshow, die mal wieder, ich würde sagen, eine Klasse für sich sein könnte. Eine Klasse für sich war auch, es wäre möglich. Eine Klasse für sich auch war wie Barbara gestern Abend in Köln. Eine Show moderierte. Barbara, es ist da gestern Abend viel passiert beim ESC. Es ist viel passiert. Hast du damit gerechnet, was da passiert ist? Nein, wir waren alle ahnungslos. Natürlich gibt jeder einen Tipp ab, wer geht für Deutschland ins Rennen, um am 10. Mai dann letztendlich in Kopenhagen zu starten beim ESC. Und dann haben wirklich die gewonnen, die einen Durchmarsch gemacht haben von wir bewerben uns mal bei YouTube und gucken, was daraus wird, hin zu Vor-Vorentscheid gewonnen, dann sich die Wildcard geschossen, da gestern mitzumachen. Und dann sind da drei Mädels auf der Bühne, die Musik studieren, die sich zusammengefunden haben bei irgendeiner Schnapsverkostung und die jetzt ihr Glück nicht fassen können. Hohe Einschaltquote, vor allen Dingen unter jungen Leuten, was mich freut. Das liegt aber natürlich auch an deiner... Liegt natürlich an meiner frisch und kreppigen Art. Auch ein Stück weit, weißt du? Du bist ja ein Protagonist dieser jungen, aufmüpfigen... Ich bin der Vertreter der ganz jungen Aufmüpfigen-Klasse. Ja, absolut, absolut. Auch wenn es jeden Tag ein bisschen... Ich gehe ein Schrittchen weiter, entferne ich mich von dieser Gruppe. Aber das merkt man nicht. Aber uns interessiert ja, weil wir uns überlegt haben, Elaisa, so heißen ja die drei Mädels, die werden vermutlich seit gestern ein anderes Leben führen. Kannst du dich noch, Helene, an den Punkt oder vielleicht an den Tag in deinem Leben erinnern, wo du wusstest, oh, ich glaube, ab morgen wird sich was ändern? Oh, da gibt es gar nicht so den Tag, weil bei mir ging das ja peu à peu. Also ich hatte nicht den so einen Abend wie Elaisa gestern. Ich habe ja auch mitgefiebert und fand das ganz entzückend. Natürlich kann ich mir die Aufregung und die... ja, deren nicht greifbaren, was jetzt gerade mit uns passiert ist, kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Aber es gibt bei mir keinen Tag, wo es so auf einmal durch die Decke ging. Also es ist nicht der Auftritt bei Dieter Thomas Heck oder bei... Die war ich ja leider nicht. Die haben sich nicht mehr kennengelernt. Ich bin mir aber sicher, vielleicht Hans Hermann Thielke kann den Moment benennen, vielleicht den Tag genau, wo in seiner Karriere, im Postdienst vielleicht... Ja, da war ich noch bei der Post, da wurde ich einmal zu meinem Chef hochgerufen und der fing dann gleich an mich zu loben, das kannte ich bis dahin noch gar nicht. Dann hat er gesagt, wie ich überhaupt die Post mit aufgebaut habe, damals nach dem Krieg. Und da sagte Herr Thielke, solche Männer wie Sie, die braucht das dann. Die werden gesucht. Männer, die sich einfach neuen Herausforderungen stellen wollen und die mit ihren Visionen auch Deutschland wieder ganz nach vorne bringen. Also bei der Post nicht mehr, meinte er. Und das war dann so mein Einstieg ins Showgeschäft. Gott sei Dank, sag ich mal. Mein Vater hat seit 15 Jahren im ersten Programm seine eigene Gesprächssendung. Er hat in den 90er Jahren das Sportfernsehen revolutioniert. Er hat darüber hinaus ein Verein gegründet, Nestwerk, der junge Leute von der Straße holt. Und ferner und zum Schluss, meine Damen und Herren, wir können ihn nennen, die deutsche Antwort auf Van Morrison. Jetzt singt er auch noch. Reinhold Beckmann, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Lieber Reinhold, bevor es musikalisch wird, du fährst umsonst auf der Alster, auf diesen Alsterbooten, glaube ich. Du hast so einen Alsterboot-Freischein oder so etwas. Ehren-Alster-Schleusenwärter. Ehren-Schleusenwärter. Ehren-Schleusenwärter. Ich kannte das auch nicht, bis vor einem Jahr. Ja. Und dann kam ein Anruf, ob ich denn so wie Uwe Seeler oder Jan Vedder oder Freddy Quinn Ehren-Schleusenwärter werden möchte. Hat was mit dem Alter zu tun? Das hab ich dann auch nachgefragt, hab ganz schnell bei Jan Vedder angerufen und gesagt, Jan, ist das in Ordnung? Ich sag, Junge, jetzt bist du angekommen in Hamburg. Und dann hab ich den angenommen. Seitdem darf ich da umsonst fahren. Auf allen Alster-Schiffen ein Leben lang umsonst. Ja. Die Musik hat neben dem Sport in deinem Leben mal eine große Rolle gespielt. Was war der Ausgangspunkt? Wie ist das passiert, dass plötzlich die Musik da war? Ja, ich hab Musik eigentlich immer gemacht, aber muss deshalb das ja nicht öffentlich machen. Und bei uns zu Hause wurde immer Musik gespielt. Ich hatte einen Beach Boys verrückten Bruder. Der war der Meinung, dass das Album Pet Sounds zum Beispiel von Brian Wilson ein Geniewerk sei, ein Meisterwerk. Hat er auch Recht. Hat er Recht gehabt am Ende. Paul McCartney sagte immer, ohne dieses Album von den Beach Boys hätten wir nie Sgt Pepper gemacht. Und bei uns, ich war neun oder zehn Jahre, wurden morgens vor dem Schulgang die Beach Boys gespielt. Das war sehr prägend natürlich. Wir haben viel Musik gemacht, aber ich hab auch in den ganzen Jahren danach Musik gemacht. Das heißt aber nicht, dass man das öffentlich machen muss. Aber wie kam der Startschuss zur Öffentlichkeit, zu Beckmann und Band? Daran trägt eigentlich unser Schlagzeuge Helge Zumdick die Schuld. Es war vor fünf, sechs Jahren erste Sendung von Ina, hier im Schelfischbosten. Ina hatte mich eingeladen, ich hab mit ihr so ein Bossa Nova gespielt, so ein Aguas de Mars von Jobim. Und sie hat dann so eine deutsche Fassung dazu noch getextet. Und nach der Sendung kam Helge zu mir und sagte, Mensch Reinhold, du bist doch eigentlich Musiker. Lass uns mal was versuchen, ich stell eine Gruppe zusammen, schreib dir schon mal ein paar Texte und denk dir ein paar Musikideen aus. Und dann haben wir uns ein paar Tage zurückgezogen und einfach mal drei Tage auf so einem Bauernhof gespielt. Und ich hab da mal bei anderen Bands so als Gast gespielt bei Texas Lighting mit Olli Dittrich oder bei Ina im Stadtgarten. Und auch versucht den Van Morrison bei Barbara zu geben. In Bremen und Frankfurt. Und Barbara hat mir danach gesagt, und ich meine, ich bin Van Morrison-Fan, hat gesagt, der klingt wirklich wie Van Morrison. Und einen größeren Ritterschlag kann man eigentlich nicht haben. Aber du hast es eben, glaube ich, schon angedeutet, klassische Gitarre auch gelernt, gespielt. Wer hat dich an die Musik herangeführt? Ach, es ist so, wir hatten so einen sehr charismatischen Musiklehrer. Das hängt ja vieles ab. Wir waren so eine kleine Truppe von drei, vier Jungs, die sehr viel klassische Gitarre gespielt haben, dann natürlich auch E-Gitarre. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Wir hatten einen wirklich beseelten Musiklehrer, der machte auch 12-Ton-Technik, sagte, ihr müsst mal No-No, Luigi No-No hören, das ist verrücktes Zeug. Und das ist ja wie immer so im Leben. Du brauchst jemanden, der das macht, der dich an die Hand nimmt und sagt, da passiert was Besonderes. Und das war in der Schule einfach wunderbar. Weil wir hatten diesen genialen, tollen Musiklehrer. Gab es einen Wettbewerb zwischen den Brüdern? Ich weiß also von dem großen Gitarristen Alvin Lee von Ten Years After. Er hat immer zu Protokoll gegeben, er hat nur Gitarre gelernt, weil sein Bruder, der älter war, auch Gitarre gelernt hat. Und da war so ein Wettbewerb zwischen Brüdern. Gab es das nicht? Nee, das war bei uns eigentlich nicht der Fall. Der Wettbewerb war irgendwie anders. Ich war so 19 Jahre alt und merkte, ich komm nicht mit. Die anderen fahren weg, fahren zum Konzert, die Beach Boys spielten in Münster. Und alle wollten da hin und ich wollte auch mit hin. Konnte nicht mitfahren. Oder die fuhren zu Werder Bremen ins Weserstadion. Ich blieb zu Hause. Das ist kein gutes Gefühl. So und daraus hat sich möglicherweise viel gespeist und gesagt, ich will da auch mal ran. Das ist so, wenn du als Kleinster aufwächst auf dem Land und die Älteren sind schon irgendwie unterwegs. Helena, hast du die Musik in die Wiege gelegt gekriegt oder hast du das außerhalb der Familie entwickelt? Doch, würde ich schon sagen. Also meine Oma hatte ja noch sechs Geschwister und ich habe als kleines Mädchen mit meiner Schwester immer gelauscht. Und irgendwann fing dann meine Schwester an, die ist sechs Jahre älter als ich, die hat dann immer gesungen. Und Musik spielte schon immer eine große Rolle, aber keiner von meiner Familie hat jetzt ein Instrument gespielt oder war in einer Band oder hat jetzt irgendwie musikalisch was öffentlich gemacht. Es hat sich, also ich denke schon, dass es auf jeden Fall mir in die Liege gelegt worden ist. Es hat sich dann aber nach und nach bei mir herauskristallisiert, dass ich das tatsächlich auch als Berufswunsch dann ausüben möchte. Und als du dich entschieden hast, waren die auch nicht schockiert? Na, schockiert nicht. Also ich glaube, wie jedes, ja, wie jedes Elternteil wünscht sich natürlich eine solide Ausbildung. Steuerberater wäre besser. Ja. Irgendwas solides eben. Und es hat schon ein bisschen Überredungskunst gekostet und ich musste ein bisschen kämpfen, aber die haben einfach meine Leidenschaft gespürt und sie wussten einfach, ich will auf die Bühne. Und ich war anfangs ja noch gar nicht sicher, ob ich Sängerin oder Schauspielerin, ich wollte eigentlich Musicals spielen. Ich wollte alles, ich wollte einfach nur tanzen, singen, Schauspielern, alles auf der Bühne machen. Alles oder gar nichts. So ist es. Genau. Leidenschaft ist ein schönes Stichwort. Dein älterer Bruder, du hast an anderer Stelle darüber gesprochen, Reinhold, insofern darf ich drüber, das darf ich jetzt wehnen. Dein älterer Bruder, der vor vier Jahren verstorben ist, war ein leidenschaftlicher Beach Boys Fan. Und ihr habt gemeinsam nochmal in Jugenderinnerung geschwägt bei einem Beach Boys Konzert, wo ihr hingefahren seid. Ja, es gab dieses Revival Konzert, dieser eben beschriebene Pet Sounds Platte. Und da trat Brian Wilson nochmal auf so einer Welttournee auf, unter anderem auch hier in Hamburg. Und dann habe ich ihn nochmal abgeholt, war damals schon sauerstoffpflichtig und das war wie Gottesdienst dieses Konzerts. Die Fans haben nach zwei Stücken gestanden und das hier in diesem sonst so müden und tristen CCH. Und alle sangen irgendwie diese ganzen großen Songs von damals mit. Also diese Harmoniegesänge von damals der Beach Boys, das war schon irgendwie was Grandioses. Großer Abend, ganz großer Abend. Seit 2010 stehst du jetzt selber auf der Bühne mit eigener Band. Du hast an die 70 Konzerte gegeben an den kleinsten, unmöglichsten Orten. Warum war dir das so wichtig? Ach, ich wollte da nicht erst rausgehen und so als Fernsehfritze und um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier eine CD. Das hätte ich irgendwie unseriös empfunden. Und ich habe erst gedacht, komm, lass uns mal spielen, spielen, spielen. Lass uns mal langsam anfangen. Wir haben zu Beginn in dieser Reihe Musik in den Häusern gespielt. Das ist so eine Erfindung eines, glaube ich, Kölner Anwalts. Das spielt man bei Leuten zu Hause. Vor 40, 50 Leuten im Badezimmer, in der Wohnstube oder in der Küche. Aber die laden schon ein, die wollen das schon. Die wollen das schon. Das ist eine gute Formel. Ja, ja, sehr gut. Das war in Köln, in Frankfurt haben wir gespielt, in Hamburg und Berlin. Das war ein ganz gutes Gefühl, mal rauszukriegen, aufgrund dieser unglaublichen Nähe, ob das funktioniert oder nicht. Und dann waren wir in vielen Kulturhäusern unterwegs. Ich muss jetzt mal fragen, ich meine, du bist ja ein Star und wenn dann, das ist ja was anderes, wenn man jetzt ein Junger auf der Gitarre schrabbelt mal ein bisschen rum und sagt, ich gehe in Wohnzimmer ab, nichts zu verlieren. Aber wie schrabbelt man Sachen mal körpersprachlich? Wie schrabbelt man? Das ist ja genau das. Nein, aber du gehst ja da hin als, lieber verrückter Herr Beckmann ist bei uns. Nee, das glaube ich in dem Fall, die denken ja, was, der macht jetzt Musik? Ist okay, wenn er irgendwie aus dem Buch vorliest oder sowas, aber dass er jetzt Musik macht, da sind die natürlich erst mal kritisch. Du weißt ganz genau, am Anfang, am Abend, die ersten zwei Stücke, da muss ich schon so ein paar Pointen setzen, damit das auch funktioniert. Die gucken erst mal, die wollen erst mal wissen, kann der das, der Kerl? Und da muss man auch jedes Publikum gewinnen. Ich meine, wir haben gespielt hier im Sägewerk in Ahrensburg, ein unvergessenes Konzert, da saßen alle in den Holzregalen. Leider zog dann der Besitzer den Stecker raus, weil er die Kreissäge noch mal benutzt wollte. Ach, das ist ein richtiges Sägewerk? Ja! Ich dachte, das Ding heißt das Sägewerk. Eine Location. Es war irre. Gab es eine Location, die mich besonders beeindruckt hat auf dieser skurrilen Tournee? In einem Putenstall in der Nähe von Hannover. Ich bin Arzt aber einiges durch. Ich sage dir, kein gutes Karma. Putenstall, kein gutes Karma. Bei allem sowieso vielleicht heißt deine CD. Du hast alle Songs selber geschrieben, mitgeschrieben, getextet. Ist das dir schwergefallen? Ja, ich bin am Anfang auch deshalb bei den ersten Stücken zu Frank Ramon gefahren, ein erfahrener Texter. Barbara kennt ihn. Er hatte so einen Textbruch, so eine Art Waffelbruch von Worten. Und da habe ich gesagt, komm, ich habe hier die und die Zeile, kannst du mir mal helfen? Oder ich habe den Refrain oder ich habe hier eine Strophe und da habe ich so ein Versatzstück. Und dann habe ich aber irgendwie mich ein bisschen davon freigemacht, Stück für Stück und ein bisschen emanzipiert. Und habe einfach gemerkt, dass das ein großer Spaß ist in dieser Verkürzung. Wir als Journalisten sind ja nur gewohnt, immer die langen Geschichten zu schreiben. Und das war wirklich eine wirklich glückliche, schöne Erfahrung. Jetzt sammle ich alles und schreibe jede Formulierung gleich auf, weil ich ja ein bisschen Schiss habe. Ich vergesse das wieder. Und manchmal ist es ja nur so eine kleine Formulierung oder nur ein Wort. Also was ist ein Textbruch? Ich bin jetzt kein Texter. Da steht da Liebe und da Leidenschaft. Da steht da Liebe und da Leidenschaft. Ach so. Hier Liebe, da Leidenschaft. Da Liebe, da Leidenschaft, da ich will noch eine Nacht und da mit dir schon gar nichts. Genau, bis ans Ende der Straße. Und bis ans Ende der Straße. So ist die Sonne auch nicht. Du stellst uns auf deiner CD, hilf mir mal ein bisschen, Charlotte vor, die Metzgerei-Verkäufer. Du sitzt über Hoppo Hippo Honda, über die Vorzüge von Dosenbier. Dann gibt es einen wunderbaren Song, Celentano in Stereo, wo du, hilf mir mal, die Persönlichkeiten aneinanderreißt. Das ist, glaube ich, Berlusconi. Michelangelo. Sophia Loren. Ja, es war eher eine Bandwette, muss man dazu sagen. Ich wollte so einen Song machen, der so klingt wie damals die italienischen Schlager in den 60er Jahren. Rita Pavone. Rita Pavone zum Beispiel. Also es gab ja nicht nur damals in den Musikboxen in der Eisdiele die Beatles und die Storhorns und die Beach Boys. Es gab italienischen Schlager, der so wirklich ganz besonders klang, ganz eigenklang. Ich habe den Song vorgestellt und dann sagten die Jungs in der Band, spielen wir nur, wenn unsere italienischen Helden drin auftauchen. Also ist da jetzt Celentano mit dabei, Sophia Loren, Michelangelo. Und am Ende liegt Berlusconi im Kofferraum. Ein gutes Ende. Ein gutes Ende. Ein gutes Ende. Im Herbst hörst du nach 15 Jahren mit einer Gesprächssendung Beckmann auf. Ist das dir schwergefallen, dieser Entschluss? Ja, es liegt jetzt ein Jahr zurück, dass ich gesagt habe, ich höre da mit auf. Auf der anderen Seite denke ich, nach 15 Jahren kann man das auch. Es gab ja nun, hat ja jeder mitbekommen, auch eine Debatte um zu viel Gesprächssendung in der ARD. Und ich wollte einfach da auch der Souveränen sozusagen auch der Situation sein und sagen, nee, dann mache ich was anderes. Diese Debatte folgen wir ja auch mit bangem Blick. Das betrifft uns auch, oder? Wir müssen auch aufhören zu reden. Das sagt ja immer. Weniger Gäste und ich erzähle mehr von mir. Weniger Gäste und gar nicht mehr. Die Schmeigestelle sehe ich genauso. Aber es versetzt dich in die Lage, auf Tournee gehen zu können. Das hättest du früher nicht machen können. Wir haben bisher immer gespielt, so einmal im Monat, so ein Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Und das war's. Wir haben so 75, 80 Konzerte in den letzten drei Jahren gespielt. Jetzt ist das anders. Jetzt geht's am 9. Oktober, glaube ich, los. Wir spielen zuerst in Twistering, meinem alten Heimatort, in der alten Ziegelei. Das ist jetzt eine alte Ziegelei oder ist das eine alte Ziegelei? Wird daneben jetzt irgendwie gehämmert? Es ist ein wilder Platz, sage ich dir. Es war mal eine Ziegelei. Wir trauten uns damals als Kinder und Jugendliche nicht hin. Es ist ein bisschen gespenstisch dort. Und dort gibt's sozusagen die alte Maschinenfabrik. Und in dieser alten Maschinenfabrik gibt's jetzt eine Bühne, da passen 400, 450 Leute rein. Und da wird richtig Kulturarbeit gemacht auf dem Land. Ja, spätestens dann, wenn du kommst. Na, schon viele, viele Jahre. Das machen da wirklich ein paar gute Jungs. Und dann sind wir drei Monate auf Tour bis Weihnachten. So läuft's. Bevor du gleich aktiv wirst, erzähl mir noch. Ein Song heißt Bremen. Ja. Aber ihr sagt, glaube ich, Bremen. 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 Ohne E-N-N. Den siehst du teilweise mehrmals am Abend. Oder zumindest zweimal. Ja, auch witzigerweise. Was hat's damit aufsehen? Ich weiß es auch nicht. Es gibt da einen Satz drin. Die wollen den immer auch zwei-, dreimal hören. Also egal, ob in Süddeutschland oder auf Helgoland oder in Wilhelmshaven oder unten in München. Es kommt zu dieser kleinen Verunfallung. Es ist eigentlich eine Geschichte. Also ich hatte gerade den Führerschein, traute mich das erste Mal in die Großstadt. Und hatte damals einen VW Käfer und ich war nicht allein. Und es gibt diese eine Textzeile da drin. Du hast meinen Käfer vollgekotzt. Und ich weiß nicht, warum die Leute das immer zweimal hören wollen. Ist denn die das auch so erlebt? Ist denn die Dame noch identifizierbar, die das ... Ist das Charlotte, die Metzgerei war? Man weiß es nicht. Das ist eine andere Geschichte. Charlotte bei uns im Dorf war die Metzgerstochter. Muss man dazu sagen. Ich war noch klein, konnte so gerade über die Mettwurst gucken. Aber an was ich mich da noch genau erinnere, sie hatte immer eine Scheibe Schinkenwurst für mich. Und ich habe diese Scheibe Schinkenwurst auch schnell runtergeschluckt. Wie das damals so war, in der Hoffnung noch eine zweite zu kriegen. Und Charlotte hat mich nie im Stich gelassen, sag ich dir. Und an manchen Tagen sehe ich sie halt noch vor mir, in ihrer blutverschmierten Gummischürze. Was kann erotischer sein? Reinhold. Ja, und nur die beiden Schweinehälften dahinter. Die waren Zeuge. Vielleicht darf ich dich schon mal bitten, in die Position des Musikers zu gehen. Ach, soll ich schon mal? Ich bin richtig aufgeregt. Zurecht, zurecht! Ja, und ... Das machst du! Wir müssen helfen! Das machst du! Meine Damen und Herren! Was? Aber Helene hat mehr von vorne, sie guckt dem Auftritt milde zu, verständnisvoll. Aber Sie können sich auf echt eine super Musik freuen. Es klingt für mich wirklich wie ein bisschen Van Morrison, die deutsche Antwort. Und das ist ... Also, was passieren kann auf dem Weg von Twistringen in die Weltstadt Bremen bei Reinhold Beckmann im Käfer? Das erfahren Sie jetzt. Reinhold Beckmann und Band Bremen! Weisste noch, die eine Nacht, da waren wir so betrunken. Du hast mein Käfer voll gekotzt und deine Hand auf meinem Knie, ich konnte kaum noch lenken. Die Polizei hat reingeglotzt, in deinen Ausschnitt reingeglotzt. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Du warst so süß und ich so heiß, ich wollt uns was besorgen und fuhr wie blöd im Steintor rum. Du wolltest nach Haus, ich mit hoch, um fünf Uhr früh am Morgen. Du riefst, mein Vater bringt dich um. Mein Vater bringt dich um. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Ich hab keinen Tag bereut, was würd ich darum geben, mit dir noch einmal so ne Nacht in Bremen. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen. Noch einmal, das erste Mal glauben zu leben. Bremen. Das erste Mal glauben zu leben. Als erstes Mal glauben, Carlos, vielen Dank. Vielen Dank. Marcel! Ich hab sofort mitsingen können. So eingängig toll. Das ist doch ein Hint, oder? Ich konnte aber nicht umhin, es mir vor der Schrankwand vorzustellen, nachdem Sie erzählt haben, dass Sie durch die Wohnung ziehen damit. Ich hab mir immer die deutsche Stube dazu vorgestellt als Hintergrund. Die Glaspyramide mit den Autos. Kann man Sie bestellen für zu Hause? Die Schrankwand? Nein, Sie! Mit der Welt. Sie haben doch vorhin gesagt. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt spielt er in der Ziegenei. Jetzt muss es ein Loft sein, die Sie reden. Also Sie gehen nicht mehr überall hin. Aber Mutter Gabriel kommt gerne. So viele Grüße. Wir haben ja einen Bar-Kiefer Marcel. Vielleicht mischst du was Kleines für Reinhold. Ich finde, jetzt hat er es sich verdient, oder? Ja. Marcel hat den Helbing-Basil oder Belsil. Belsil. Für Herrn Beck mal bitte was mit Alkohol. Ja. In der Zwischenzeit spreche ich mit einer erfolgreichen, schönen Frau, die gerade auf dem Chicagoer Film Festival den Preis für die beste Darstellerin gewonnen hat. Heute Abend bei uns ist Nadeschda Brennigel. Du hast dich ein wenig strafbar gemacht, kann man sagen, zumindestens im Film, der am 27. März anläuft, die Banklady. Hast du denn persönlich privat in deinem normalen Leben schon mal irgendwann was gemacht, was nicht so ganz mit dem Gesetz konform war? Oh ja, oh ja, ich sage es ungern, aber ich habe tatsächlich mal das Auto von jemandem mit Mehl und Eiern paniert. Ich bin bis heute der Ansicht, dass er es verdient hat. Mit Mehl und Eiern, aber mein Lieberschieber, da musste aber ganz schön viele Eier in die Pfanne hauen. Ja, da war ich auch echt sauer. Also man konnte es wieder abwaschen, ja, ich habe es nicht kaputt gemacht, da musste man halt in die Waschanlage fahren. Aber dieses Gefühl, das habe ich mir gegeben, würde ich natürlich niemals mehr tun. Nein, selbstverständlich nicht, aber ja, es musste sein. Aber die Dame, die du spielst, die heißt Gisela Werler und vielleicht wird der eine oder andere hier in Hamburg, ist ja eine Hamburger Geschichte. Absolut. Die noch kennen, denn die hat zwischen 1965 und 67 und 67 und zwischen 67 und 69 400.000 Mark bei Banküberfällen ergattert. Was war das für eine Frau? Also, es war tatsächlich die erste Bankräuberin Deutschlands. Die Dame hieß Gisela Werler, war eine ganz einfache Fabrikarbeiterin, die bis zu ihrem 30. Lebensjahr auch sehr unauffällig gelebt hat, ihre Familie mit versorgt hat. Der Vater war Kriegsveteran. Man munkelt, dass sie auch nicht wirklich einen Mann hatte bis zu der Zeit. Und diese einfache, recht buschikose Frau, die eigentlich immer als unauffällig galt, lernte einen Taxifahrer kennen, der dummerweise verheiratet war und der Banken ausgeraubt hat. Ach, das hat der ja schon Hauptberuf. Das hat der ja schon so nebenbei so mitgenommen. Also damals gab es auch noch keine Alarmanlagen. Das ist sehr interessant zu wissen, dass für die Banklady auch die Alarmanlagen eingeführt wurden in Hamburg. Ah, okay. Und den fand sie so umwerfend, dass sie alles getan hat, um aufzufallen. Ja, tatsächlich. Also dem sind immer die Kumpels abgesprungen. Das ist ja bei Banküberfällen immer so wie bei Umzügen. Ich weiß nicht, ob du schon mal umgezogen bist, aber zuerst sagen sieben Leute, ich komme. Dann kriegen sie auf einmal alle was mit dem Knie oder die Oma wird krank. So der Klassiker bei Umzügen. Bankräuber haben Personalprobleme. Bei unserem Bankräuber Peter Witthoff war das auch so. Dem sagten also regelmäßig die Jungs ab. Und dann sagte dieses Mäuschen, die so verliebt in ihn war, ach Mensch, wer eckt doch ein Mann. Ich will mit dir gehen. Und dann dachte sie sich, das ist ja gar nicht so blöd. Das probieren wir mal aus. Und das lief so gut tatsächlich, dass sich daraus richtig was entwickelte. Und Frau Werler ist deshalb so bekannt geworden, weil sie sich ausgelebt hat in diesen Banküberfällen. Das heißt, sie hat immer geträumt, eine schöne Frau zu sein, eine schicke Lady, mal ein schönes Kleid anzuziehen. Und dann hat sie sich tolle blonde Perücken gekauft, Haarheels angezogen, schicke Strümpfe. Und ist als Lady in die Bank, hat gesagt, guten Tag, ich hätte bitte gerne all ihr Geld. Dankeschön, schönen Tag noch. Und das war natürlich ein Renner. Die Zeitungen waren voll, in der Bild gab es Karikaturen, die von der schönen Lady, die die Bank auskommt. Wie ist denn die mit High Heels geflohen? Ja, damals war noch alles anders in den 60ern, weißt du? Heute zieht man sich eine Strumpfhose über Kopf. Da hättest du quasi Bankräuber. Du wärst eine super Bankräuber. Die Perücke habe ich schon. Also in der Tat, sie ist eine Lady. Und so wie du sie spielst, ist sie auch gar nicht bushy groß. Zumindest nicht das, was wir sehen. Am Anfang schon. Gisela Werler ist weit für die Liebe gegangen. Man muss vielleicht sagen, die 400.000 Mark entsprechen heute einer Million in etwas. Wie weit, Desirée, bist du schon für die Liebe gegangen? Also ich mache in der Liebe keine Kompromisse. Was ich mir einmal als Ideal erhalten habe, dem bleibe ich auch treu. Und vor allem ist mir erspart geblieben, die Zerrüttung im Alltag einer einstmals als romantisch dargestellten Beziehung erleben zu müssen. Also ich habe mir dieses jungen Mädchenherz erhalten, noch an die große Liebe glauben zu können. Herr Thielke, können Sie das auch von sich behaupten, dass Sie... Ein jungen Mädchenherz noch immer haben in Sachen Liebe. Also ich bin ja da auf der Suche noch immer. Das schon, aber aus Liebe gemacht. Ja, ich habe ja ein Aquarium zu Hause. Und es ist ja so, dass also manchmal, wenn ich gerne länger fernsehen gucke, dann merke ich, dass einige Fische doch müde werden dabei. Ich habe Sie das schon gesehen, wenn Fische müde werden, die Bewegungen werden langsamer und dann mache ich aus Liebe manchmal früher Schluss. Obwohl ich dann auch gerne die Tagesthemen sehen würde, aber dann mache ich aus. Ich habe ja heute schon ein großes Zugeständnis gemacht. Ich glaube, mehr aus dem Nähkästchen plaudern möchte ich heute nie mehr. Okay, also das ist auch, okay, das ist aus enttäuschter Liebe natürlich vielleicht gewesen. Ja, eine Liebeserklärung sieht anders aus. Ja, aber nachdem der Wolf paniert war, würde ich mal sagen, hat er sich es bestimmt nochmal anders überlegt. Ja, wir haben ja gerade gesehen, du hast es ja auch gesagt, die hat wirklich ein Doppelleben geführt, die Frau Werler. Also die hat zum einen war die ganz bieder in der Tapetenfabrik gearbeitet und hier hat sie sich als feine Dame verkleidet. Du führst ja auch, ich sage jetzt mal Doppelleben, klingt ein bisschen doller, als es eigentlich ist. Auf der einen Seite die Schauspielerei, preisgekrönt und auf der anderen Seite das Landleben. Als du das letzte Mal bei uns warst, hast du erzählt, wie du kämpfst mit deinen umliegenden Bauern auf dem Land gegen die... Das war die CO2-Verpressung. Das Verpressen von CO2 in den Boden. In Schächte in den Boden eigentlich. Das war eine ganz neue, tolle Methode unserer Regierung angeblich CO2 zu entsorgen und das ist natürlich eine Riesenblase und ein ganz großer Quatsch gewesen. Und das haben wir Gott sei Dank auch in unserer Gegend erstmal abwehren können. Abgewendet. Du, beschreib mal, wie du da auf dem Land lebst. Ja, ich habe einfach einen uralten, ein bisschen vergammelten Bauernhof mir irgendwann ans Bein gebunden. Ich baue den wie eine Irre seit zehn Jahren mit meinem Sohn und sämtlichen Freunden um. Mittlerweile kann man auch drin wohnen. Und habe da vier Katzen und zwei Hunde und vier Pferde. Und eine Zeit lang habe ich auch ein paar Pferdebabys bekommen. Mach ich jetzt nicht mehr, weil ich finde, es gibt so viele traurige Pferde auf der Welt. Aber du hast Araber richtig gezüchtet. Tolle, ich habe einen Europa-Champion gezüchtet, bin ich ganz stolz. Wenn man den verkauft, kann man doch wieder ein Dach auf den Stall machen, oder? Ja, tatsächlich. Mein Problem ist, dass ich mich aber natürlich nicht trennen kann. Das ist ganz schlecht bei der Pferdezucht. Das ist wirklich beschissen. Also das ist tatsächlich so ein, El Mariachi heißt ja, ein Pferd, der so einen Weg gegangen ist, dass dann auch mal über See, das sind die Herren in den weißen Anzügen, die mit Frauen nicht sprechen, angerufen hat und auch das Pferd wollte. Ja, und dann muss man loslassen können. Und loslassen ist wirklich nicht meine Stärke. Und dieses Pferd sowieso nicht. Das ist, als ob man seinen besten Kumpel verkauft. Und an so einen Chalamalamalam Menschen will ich ihn auch nicht verkaufen. Da war ich dann recht eigen. Ja, also ich wäre saniert und mir würde es besser gehen, hätte ich gesagt. Aber du hast El Mariachi behalten und der steht noch immer bei dir im Gatter und ist, weiß er es denn zu schätzen? Ja, er liebt mich sehr. Er liebt dich sehr. Kann man das schon mal von sich behaupten, wenn man geliefert mit einem Hengst? Ich habe nur gerade gesagt, man kann mittlerweile in dem Bauernhof auch wohnen. Heißt das, es gibt Fremdenzimmer, also Tourismus? Äh, nee. Also du kannst gerne mal vorbeikommen, wenn du irgendwie mal so mit anpacken möchtest, aber vermietest du mich nicht. Das war nicht der Hintergrund meiner Frage. Ich dachte, nein, es wird. Achso, okay. Nee. Du bist ja alleinerziehend seit, ich glaube, du bist wahnsinnig frühmutter geworden mit Anfang 20. Genau. Und hast ja jetzt deinen Sohn, glaube ich, in bester Art und Weise groß gekriegt. Der wird 18 und zieht den nicht aus. Da schreckt einen doch nichts mehr, oder? Also ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich den so heil so groß gekriegt habe und was halbwegs Vernünftiges aus ihm geworden ist. Ich freue mich aber auch schon auf diese Zeit. Ein bisschen Angst habe ich natürlich, wenn er auszieht, weil ich glaube, ich habe ja noch nie mit einem Mann 17 Jahre lang zusammengelebt. Mit meinem Sohn tue ich das. Aber da ich nie diese Phase hatte, zu reisen oder so eine Disco-Phase, was man so hat mit Anfang 20. Wie kommt jetzt noch? Ist das, ja, ich werde wahrscheinlich noch mal so richtig Gas geben. Mal gucken. Aber ist das wirklich, hast du dir das vorgenommen? Weil es ist ja so, ich meine, klar, du bist ja noch, du kannst ja theoretisch, du kannst ja eigentlich noch mal ein Kind kriegen. Nee. Ich nicht mehr. Ah, okay, gut. Aber ich meine, du kannst ja wirklich noch alles machen, wenn der dann irgendwann, aber du hast Probleme gehen zu lassen. Oder meinst du, den lässt du gehen, aber den Hengst behältst du? Den Hengst behältst du. Wie mal so, mal so anders. Wirst du, würdest du es für möglich halten, auch zu sagen, ich lasse nochmal das Konzept Bauernhof und Hof auf dem Land ganz sein und mache was ganz anderes? Ach, ich bin da ein bisschen großzügig zu mir. Es kann natürlich schon sein, dass, wenn er weg ist, ich da an Vereinsamungen eingehe. Also dann quäle ich mich nicht weiter und schreibe neue Lösungen. Guck mir das jetzt mal so an. Ich hänge aber auch am Land, aber ich werde mir schon was einfallen lassen. Also ich muss mir dann schon überlegen, was da so als nächstes in meinem Leben kommt. Kannst Herrn Beckmann zum Auftreten einladen. In meiner Scheune. In meiner Kulturscheune. Kinderfreilzeit mit Kulturscheune. Herrlich. Aber ich muss das eben einmal fragen, bereut man das nicht irgendwann? Man kauft so einen Bauernhof in einer Pampa und irgendwann nach drei Monaten oder Jahren denkt man, meine Güte. Nein, man will doch was wachsen sehen. Jedes, jeden Winter, wenn es so richtig suppig und ätzend ist, bereut ich das. Warum lachen Sie da? Man will was wachsen sehen. Das ist doch die Umsetzung der Kreativität und der Fantasie, die Verwirklichung, die Gestaltung. Und am Ende hast du etwas in den Händen, was dir keiner mehr nehmen kann. Eine Immobilie. Alles andere ist vergänglich. Siehst du es auch so? Ja, also es wird immer wieder romantisch, wenn die Bäumchen anfangen zu blühen. Das ist ja jetzt bald, Gott sei Dank. Ich habe die Phase schon. Die blühen ja auch nicht immer. Danke. Aber natürlich, der Winter ist bitter. Einfach grau und pampig und keiner kommt und es ist arg kalt und man muss immer raus. Funktioniert die Heizung? Ja, die ist aber natürlich sehr teuer. Naja, da überlegt man sich gut, ne? Da überlegst du dir genau, oder jetzt irgendwo nicht. Und dann kann man sich das so ein bisschen mit Feuerromantik wieder schönreden, den Winter. Aber der Sommer ist sehr schön. Aber es ist nicht nur toll, natürlich. Es ist harte Arbeit und manchmal auch ein bisschen weizamt. Du hast gesagt, dass sich dein Leben in einem doch erstaunlich mathematischen Rhythmus vollzieht. Ist das immer noch so und wann steht die nächste Wandlung an? Na ja, wahrscheinlich, wenn mein Sohn auszieht. Weil du hast gesagt, es ist wirklich ein Zyklus, der deutlich feststellbar innerhalb von sieben Jahren ist es... So in etwa, ja. Ja, doch. Vielleicht büde ich mir das auch noch ein. Nee, aber das sagen ja viele Leute. Also ich glaube, das ist ja auch eine anerkannte Sichtweise, dass man sagt, so alle sieben Jahre erneuert man sich. Richtig, ja, mal sehen. Die stehen jetzt an. Mal gucken, was da so passiert, wenn er weg ist. Okay, vielleicht drehst du mal nach vor. Vielleicht raub ich ja ein paar Banken aus. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Sonnenbrille auf und los geht's. Haben Sie uns schon ernsthaft über diesen Promotion-Gag nachgedacht? Also wenn ihr nicht ins Kino geht am 27.03., dann muss ich leider Banken ausrauben. Also tut mir den Gefallen und rennt ein. Nein, nein, natürlich. Wir unterstützen dich. Wobei, wenn es so schön aussieht, würden wir das gerne auch mal in den Tagesthemen sehen. Wir freuen uns, dass du da bist. Nadesch da Brennecke, die Bank Ladies. Meine Damen und Herren, mit 16 Jahren hat er sich vorgenommen, die Stimme der Meere zu werden. Und er wurde die Stimme der Meere. Er wurde Meeresbiologe. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Mare. Begrüßen Sie von Herzen Nikolaus Gelbke. Lieber Nikolaus Gelbke, wie kommt man mit 16 Jahren darauf, die Stimme der Meere werden zu wollen? Das könnte auch von André Heller kommen. Ich bin die Stimme der Meere. Der ist Österreicher, da passt das. Nee, das war von mir immer ein Wunsch. Ich hatte immer eine große Verbindung zum Meer. Und mit 16 glaubt man ja mal kein alles. Und da war der Wunsch so mehr, dass ich dann eben dachte, ich muss diese romantische Ader bei mir auch umsetzen in mediale Aufmerksamkeit. Also nicht für mich, sondern für die Meere. Herr Gelbke, Sie sind Schweizer. Das ist richtig, ja. Wie kommt man denn in der Schweiz mit 16 auf die Idee, die Stimme der Meere sein zu wollen? Man fährt hin. Ach so. Wie war die erste Begegnung mit dem Meer? Das war nördlich von Neapel und da waren große Wellen und ich konnte gar nicht schwimmen. Und ich bin in die Welle eingetaucht und blieb unten und fand es super. Und da fing das Problem an, weil normalerweise Kinder ja Angst haben, wenn sie runtergedrückt werden in der Welle. Und ich fand das ganz toll. Und meine Mutter hatte Angst, aber ich fand es super. Und das hat sich eigentlich immer so, da habe ich gemerkt, ich habe offensichtlich eine Beziehung dazu. Ich hatte nie Angst. Herr Gelbke, wann war der Moment da unten, wo Sie es nicht mehr super fanden? Also irgendwann möchte man wieder nach oben. Nee, man kommt ja automatisch nach oben in der Welle und dann kommt die nächste. Und nach so der dritten oder vierten Welle, wenn man da überhaupt keine Luft mehr kriegt, da habe ich wahnsinnig Angst bekommen. Da habe ich das Wort Aiuto gelernt in Italien. Das heißt? Hilfe. Ach so, Aiuto. Aiuto heißt Hilfe. Weiß ich doch nicht. Ich bin ja kein Weltbürger. Ich bin ja ein biederer Norddeutscher, der froh ist, hier sein Gnadenbrot fressen zu dürfen. Egal. So, später wurde Elisabeth Mann-Borgese, Tochter von Thomas Mann. Ja, sie wurde ihre, sie trafen, sie wurde ihre Mentorin. Welche Rolle hat Frau Borgese in ihrem Leben gespielt? Ach, ganz vielfältig. Ich war so eine Ersatzmutter. Ich habe sie halt kennengelernt, als ich sehr jung war. Und dann habe ich ihren Haushalt gemacht. Ursprünglich war ich hier Dorksitter. Dann habe ich ihren Haushalt gemacht. Und dann lernt man sich halt sehr gut kennen, wenn man den ganzen Tag zusammen verbringt, die ganzen Abende. Und das war schon eine Art Mutterersatz. Das ist dann eben sehr vielfältig. So ein Verhältnis zu so einer Frau, so einer Ersatzmutter, ist natürlich ein sehr emotionales. Auf der einen Seite vergöttert man sie oder findet sie ganz toll. Und auf der anderen Seite ist man stinksauer, wenn man putzen muss morgens um fünf. Sie war Ökologin, muss man dazu sagen. Nein, sie war Politikerin. Politikerin? Ja, also eigentlich war sie nur Pianistin. Die einzige Ausbildung, die sie hatte, war Konzertpianistin in Zürich. Und als ich sie kennenlernte, war sie Professorin für Meerespolitik im Grunde genommen. Und alles selbst beigebracht. Und war eigentlich die große Stimme der Meere und ist verantwortlich für das neue internationale Seerecht, was das größte, umfassendste Recht ist auf der Welt, was wir je hatten. Und das hat sie maßgeblich vorangetrieben. Aber Sie sind dem Ruf von Frau Borgese nicht gleich gefolgt. Sie sind erst mal nach Kanada, als junger Bub nach Kanada. Das war sie. Ich bin nach Kanada, ich musste nach Kanada, um sie kennenzulernen. Sie lebte in Halifax. Und da war ich dann bei ihr. Und nee, sie ist schuld, dass ich hier bin. Weil sie hat dann gesagt, ich muss was Anständiges lernen. Ich wollte ja sofort werden wie sie. Und das geht ja nicht. Und dann hat sie gesagt, lernen was Anständiges, wert Wissenschaftler. Und damals war Kiel der Ort, wo man Meereskunde studieren konnte. Und da bin ich in dieses kalte, graue, kleine Kiel, wo der Kaffee so schlecht schmeckte. Hat sich übrigens total geändert. Heute eine Perle des Barock. Das Florenz von Schleswig-Holstein. Das Florenz, was ich nicht habe. Immer schönes Wetter, kommt ein Kaffee. Ich bin totaler Kiel-Fan geworden. Und vor allem eine Sache gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese fiesen Kännchen. Draußen nur Kännchen? Ja, diese Kännchen, wo die Milchersatz... Wir reden vom Sibo-Depot. Ja, wir reden von den gelblichen Rändern an diesen Kännchen. Das war in den 80er-Jahren noch en vogue. Wenn man Kaffee bestellt hat, mit diesem Plastik-Kännchen willkommen. Das war fürchterlich. Wie ist das Verhältnis gewesen? Frau Borgese ist gestorben vor... 8. Februar 2002. Wie sind Sie voneinander geschieden? Wie war Ihr Verhältnis zueinander? Sie war mal hier in der Sendung Ende der 90er. Ja, war ich mit dabei. Und war eine sehr beeindruckende Erscheinung. Also, ich habe mit ihr abends um 10 noch telefoniert. Da hat sie noch einen Whisky getrunken an der Bar in St. Moritz. War noch mit ihrem Skilehrer die schwarze Piste gefahren mit 81. War hochvergnügt. Hat jeden Abend ihren Whisky getrunken, auch da. Und um 3 Uhr morgens hat das Handy geklingelt und dann war sie tot. Und dann war ich mit 40 Grad Fieber eine Woche im Bett. Das ist auch ganz seltsam. Sie sollten Ihre Nachfolge antreten, haben aber erst mal die Zeitschrift Mare gegründet. Und warum haben Sie sich so als Verleger gefühlt, verpflichtet gefühlt, dem Meer eine Zeitung zu widmen, eine Zeitschrift zu widmen? Ach, die Idee kam bei meiner Doktorarbeit, dass ich den Spiegel gelesen habe und Inhaltsverzeichnis hat mich eigentlich, ich dachte eigentlich, ist frech, dass der Spiegel die Welt im Inhaltsverzeichnis so abbildet, wie er es darstellt. Und dachte, eigentlich könnte ich auch eine Zeitschrift machen über die Meere, so wie der Spiegel. Das war keine ernstgenommene Idee. Und dann habe ich aber mit drei Freundinnen in Berlin die Idee trotzdem vorangetrieben. Und die ist dann irgendwann nach zwei Jahren ernst geworden. Aber wir waren alle in den Medien, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nie gemacht, hätten wir gewusst, was auf uns zukommt. Waren total naiv. Und haben einfach diese Zeitschrift ins Leben gerufen nach zwei Jahren. Und dann haben alle Journalisten, alle Kollegen geschrieben, die ist zu schön, als dass es funktionieren könnte. Und dann haben ganz viele Leute gekauft, um das zu überprüfen. Ich bin ja verpflichtet, hier kein Product Placement zu machen. Es ist mir bei Gedeih und Verderb verboten. Aber da Sie ja eine Geschäftsbeziehung zum NDR haben und diese wunderbare Magazin Mare TV machen, darf ich ja zumindest erwähnen, dass ich Mare abonniert habe und es Frau Fischer nicht bereue. Es ist jetzt ein wunderbares Magazin. Es ist jetzt ein Buchverlag noch dazugekommen und Sie sind Präsident des International Ocean Institutes. Was ist die Aufgabe des Instituts? Das ist die Organisation, die Elisabeth gegründet hat, 67. Und die Organisation ist in 26 Ländern tätig und vermittelt im Grunde genommen die Möglichkeiten, die das neue Seerecht bietet in Drittweltländern. Das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten heute für Länder in der dritten Welt, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen. Und früher gehörte halt das Meer den Stärksten. Amerikaner, Deutschen, Russen. Die konnten ausbeuten, was sie wollten an Öl und Gas und Fischen. Und inzwischen gibt es halt Regelungen, dass diese Länder auch ihre eigenen Hoheitsgewässer nutzen können. Und die wissen das oft nicht und werden da geschult. Das ist eine der Hauptaufgaben, die wir machen. Sie bringen ja jedes Jahr den World Ocean Review heraus. Und der befasst sich mit dem Zustand der Meere. Und man hört ja, es ist ja gut, jetzt mal mit Ihnen so zu sprechen, weil Sie es ja wirklich wissen, wie steht es um unser Meer? Ich fürchte nicht so gut. Also das wäre so ein Multiorganversagen beim Patienten. Das, was wir immer wahrnehmen, dass wenn eine Mülltüte durchs Meer schwimmt und alle sagen, oh Gott, der Plastikmüll, das ist eigentlich relativ harmlos. Auch wenn man ein paar Seevögel verenden oder Delfine verenden nach einem Ölunfall, ist auch relativ harmlos. Das klingt hart. Das sind aber lokale, vorübergehende Sachen. Das Schwierige beim Meer ist eigentlich der Klimawandel auch, weil die Meere nehmen die Hälfte sämtlichen CO2s auf, was wir produzieren. Und wenn Sie so viel Säure aufnehmen, versauern Sie mit der Zeit. Die Meere werden immer saurer. Und wenn Sie einen sauren pH haben, lösen sich Kalkschalen auf. Das heißt, der pH-Wert des Meeres verändert sich. Das heißt, die gesamte Artenzusammensetzung verändert sich. Und die Meere werden wärmer. Und die Biologie ist halt sehr genau eindosiert in den pH und in die verschiedenen Temperaturbereiche. Und wenn Sie an so zwei Rädern drehen, verändern Sie komplett das Ökosystem. Und das Problem dabei ist, Sie können das nicht einfach aufhalten. Beim Müll können Sie sagen, wir werfen jetzt keine Typen mehr rein. Bei den Fischen sagen wir, wir machen da mal Naturschutzgebiete, Fischen nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bei der Klimaerwerbung, das haben wir angeschoben, und das ist wie so ein Frachter, den Sie mal ins Laufen bringen. Bis der stoppt, das dauert halt noch viele Jahrzehnte. Das heißt, dieser Effekt ist momentan nicht umkehrbar. Und das ist doof und vor allem medial nicht darstellbar. Und darum berichten die Medien selten drüber. Weil Sie können es nicht im Fernsehen zeigen, Sie können schlecht drüber schreiben, es ist nicht sexy. Aber fürs Meer ist es echt doof. Gibt es denn Stellen, von denen Sie gehört werden? Also ist die Politik darauf aufmerksam geworden? Oder ist das eine schwierige Sache? Der World Ocean Review, den haben wir gegründet, um gemeinnützig solchen Berichten zu verbreiten. Dass er möglichst breit gefächert ist. Und der Erfolg war schon, ich hatte die Möglichkeit vom Europäischen Parlament, den vorzustellen. Was quasi Spaß macht, den ganzen EU-Parlamentariern zwei Stunden lang die Leviten zu lesen. Das Erschreckende dabei ist eigentlich, dass sie einem Recht geben. Und man hat eigentlich gehofft, dass sie gegen angehen, sagen, das stimmt alles nicht und so. Nee, nachher sagen sie, ihr habt Recht, aber wir können es nicht anders machen, das sind die politischen Zwänge, das ist halt die Lobby. Also wenn Politiker, wir hören auch bei Frau Merkel, wenn die dann zugeben, dann sagen, ja, ihr habt Recht, das ist so, aber es ist halt schwierig in der Politik. Und während man dort spricht, vor 2000 Politikern, sind die Klimaanlagen so aufgedreht, dass es den Raum fröhlich auf 16 Grad runterkühlt. Ja, und in den Pausen essen sie alle Thunfischhäppchen. Das ist auch noch erstaunlich. Okay, also da sind wir schon beim Thema. Was dürfen wir überhaupt noch? Weil ich bin früher ja natürlich auch und habe jedes Fischstäbchen gegessen und mir gedacht, ach super, ist ja toll. Darf ich das noch? Und wo muss ich aufpassen? Es gibt ja auch bald kein Fisch mehr. Nee, das ist schwierig. Ja, das mit dem Fisch. Die EU hat jetzt gerade die Politik der Fischerei ein bisschen geändert. Vielleicht auch wegen diesen Maßnahmen, wegen unserer Arbeit. Aber es ist tatsächlich so, dass essen Sie einfach Fisch, der schon groß ist. Der hat sich schon mal für Nachwuchs gesorgt. Also die wachsen ja dann. Es ist so schwer in diesen Fischstäbchen, ich versuche das, aber es ist wirklich schwer, das auseinander zu grünen, wenn man geästet. Fischstäbchen sind gut. Fischstäbchen sind gut. Da ist kein Fisch drin. Doch, nein. Es sind nur Reste. Der Fischstäbchen ist mit das beste, der beste Fisch, den Sie essen können. Diese bekannte Firma, die die Fischstäbchen hauptsächlich herstellt, die haben immer Meeresbiologen an Bord und fischen hauptsächlich in der Beringsee und unter den Amerikanern, die da sehr, sehr genau hinschauen. Das ist ungefähr mit der nachhaltigste Fisch, den Sie essen können, sind die Fischstäbchen. Viel schlimmer ist, wenn Sie beim Italiener sind und Seeteufel essen zum Beispiel. Weil das sind Tiefseefische, die auf nicht nachhaltige Art gefischt werden oder Seezunge. Ist schwierig. Ich bin selber auch kein Heiliger und bei Thunfischsoße, also bei Vitello Tonato, denke ich mir, da ist doch kein Thunfisch drin. Wenn man da Ketchup drüber macht. Aber was war mit Sushi? Ich meine, in jeder Stadt gibt es weltweit mittlerweile Sushi-Restaurier. Ich kann doch gar nicht überprüfen. Eigentlich müssten wir Verbraucher wirklich sagen, wir machen das nicht mehr. Nur das funktioniert einfach nicht. Fisch ist so ein Grundnahrungsmittel für uns, also wir glauben es, uns auch so schick und en vogue Fisch zu essen und Sushi zu essen, dass die Leute nicht aufhören damit. Das geht auch nicht. Da ist wirklich die Politik gefragt und das funktioniert jetzt immer besser. In Australien, in Amerika, die Kanadier, die sind da vorne weg. Die EU humpelt jetzt ein bisschen hinterher und ich bin seit ungefähr ein, zwei Jahren wieder ein bisschen optimistischer, dass es das wird. Ich verzichte. Ich gehe so oft zum Italiener und um die Meere zu retten, esse ich immer Nudeln, weil ich eben weiß um diese Problematik. Also ich bin da absoluter Vorreiter. Achtest du, Desirée, drauf, wenn du Fisch einkaufen gehst? Was das ist, was da draufsteht? Ist das Bio? Ist das Tucht? Man kann ja auch Fische essen, die gezüchtet worden sind in Tanks. Man muss ja nicht Fische essen, die aus dem Meer rausgeholt wurden. Das ist mindestens so schlimm. Oh nein. Also ich meine, da gibt es ja nur wirklich diese Schrimp-Industrie zum Beispiel. Die unterliegt so strengen Kontrollen. Also bis da was auf den Teller kommt, da ist ja wirklich kaum noch etwas drin, was man nicht zu sich nehmen darf. Wenn Sie jemals eine Schrimpfarm gesehen haben, essen Sie nie wieder Schrimps, die nicht biologisch dynamisch sind. Sagen Sie uns, was wir essen sollen. Bio-Schrimps. Eier dürfen wir nicht essen, Fleisch dürfen wir nicht essen, vegan muss man sein. Kitasprotte. Man sollte warten, bis die Äpfel vom Baum fallen, weil die haben ihren Lebenszyklus noch nicht vollendet, wenn man die pflückt. Wenn du die Karotten aus der Erde ziehst, sind die so beschämt über deine Unmoral, dass sie erröten und rot werden. Karotten sind ja eigentlich weiß. Sagen Sie mir, soll ich Katzenfutter essen oder soll ich Hundefutter essen? Oder vielleicht Trill, Vogelfutter. Sagen Sie mir, was ich essen soll. Den Verdacht hatten wir schon lange. Also keine Schrimps aus der Form? Was essen Sie denn? Nein, ich esse ja auch alles. Nur bei Schrimps muss ich, Sie haben wirklich das böse Wort gesagt, ich esse wirklich viel Fisch und mache die Augen zurück, bin ja auch kein Heidegger. Aber Schrimps, essen Sie keine Schrimps, die aus normalen Zuchten kommen. Die essen ihren eigenen Kot, die sind voll mit Antibiotika deswegen. Die normalen Schrimps, die Sie in so einem Pastateller kriegen, ist wirklich ein Problem. Das ist ungefähr das Einzige. Und zwar gar nicht nur, weil es schlecht für die Umwelt ist. Man darf doch keine Pasta essen, wenn man Trennkost macht. Ja, ja, das ist so. Die wissen aber auch gar nichts von uns. Guck ihn dir an, guck ihn dir an, der ist anders als wir. Wir bedanken uns so, dass Sie bei uns sind und dass wir ein bisschen über Mare sprechen konnten. Aber vor allem auch, dass wir wirklich, das war ein Serviceteil, den wir hier bieten. Merken Sie das zu Hause? Ja, essen Sie nichts hier. Also wenden Sie nach, auf und zu, bevor Sie bestellen. Nikolaus Geld ist bei uns. Ja, meine Damen und Herren, Sie ist ein Phänomen. Sie ist fehlerfrei. Sie gibt immer 100 Prozent. Und jetzt werden wir atemlos durch die Nacht huschen und alle Fans werden mich drum beneiden. Helene Fischer ist hier. Guten Applaus. Ich freue mich sehr, dass Sie nach zweieinhalb Jahren wieder hier sind. Das adelt die Sendung und wir sind wirklich beschämt, erfreut und in jeder Hinsicht. Man muss übrigens mal sagen, als bekannt wurde, dass Helene Fischer kommt, im Publikum, man hat noch Stühle reinstellen müssen, das NDR-Gelände musste besonders geschützt werden, mit Spezialeinheiten. Also, ich meine, jede neue CD, jetzt die neue auch schon wieder auf Platz 1, die Konzerte sind ausverkauft, die Hallen sind ausverkauft. Wohin, ich meine, Frau Fischer, wo soll das noch hinführen? Ich weiß es auch nicht. Manchmal kneifen Sie sich manchmal, wenn Sie so abends im Hotelbett, und Sie liegen ja nur noch im Hotelbett, nehme ich an, aber gibt es so Momente, wo man sich kneift oder gewöhnt man sich dran und sagt, das ist jetzt mein Leben, ich hinterfrag's nicht mehr. Ja, also ich muss mich nicht mehr kneifen, die Phase ist tatsächlich vorbei. Man sieht ja auch gar nichts blaus hier. Nee, nee. Das war völlig blütenweiß. Ich nehme es einfach dankbar an und versuche einfach jeden Moment, gerade die Momente auf der Bühne, die sind mir wahnsinnig kostbar, und die versuche ich einfach auszuleben. Und ich weiß ja selbst nicht, wie lange diese Phase anhält. Ich genieße es einfach. Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen, Frau Fischer. Das geht noch ewig. Jetzt kommt das europäische Ausland, Belgien, Holland. Ja. Ich meine, da singen sie ja auch deutsch. Ja, richtig. Aber die wollen jetzt auch Helene Fischer haben. Ja. Ich meine, wo... Ich weiß es nicht. Ich lasse mich von der Zukunft überraschen und freue mich ehrlich gesagt drauf. Und das Schöne ist ja, das ist ja der größte Luxus überhaupt zu sagen, ich muss mir gar keine Gedanken mehr machen, sondern ich kann mich entspannt zurücklehnen und kann die Zukunft eben auf mich zukommen lassen. Also, das können doch so wenige Menschen von sich sagen. Und von daher bin ich ehrlich gesagt auch so glücklich und bin einfach immer positiv, weil ich einfach denke, das wird sich schon irgendwie... Aber lehnst du dich entspannt zurück? Das glaube ich nicht. Dann guck sie an. Naja, zumindest... Aber du bist, glaube ich, niemand, der so sagt, ach, jetzt lebe ich mal so vor mich hin. Ich glaube schon, dass du... Ich würde gerne auch mal vor mich hin leben. Und natürlich muss ich nach dem Terminkalender leben und ist auch vieles durchorganisiert. Aber ich bin schon jemand, der total genießen kann. Und jetzt umso mehr, denn jetzt bin ich ja an einer Stelle angekommen, wo ich mir Sachen auch aussuchen kann. Also, ich muss ja nicht so wie früher bei allen Dorffesten irgendwie dabei sein. Aber Frau Fischer, die Stelle ist schon eine Weile her. Also, das ist ja jetzt schon. Ja, das stimmt. Also, auf dem Dorffest habe ich sie nicht mehr so gesehen. Ja, auch vor zwei Jahren nicht, das stimmt. Also, ich habe Sie, also, im Gegensatz, Barbara und ich waren hoch beeindruckt. Sie haben dreimal die O2 Arena in Berlin ausverkauft. Da passen jedes Mal wie viele Leute rein? Oh Gott, jetzt... Ich glaube, 14. Ja, 14. Mal drei? Mal drei. Ich rechne das kurz aus, redet ihr noch mal weiter. Okay, also... Und jetzt... Ich meine, und wie viel Mut bedarf es, nur ein halbes Jahr später, jetzt kommen die Arenen dran. Sie wollen das Olympiastadion knacken. Und es besteht Anlass zu der Hoffnung, dass das auch wieder in Windesweile ausverkauft ist. Ja, das ist allerdings wirklich ein Moment, wo ich mich dann so mal ein bisschen kneifen musste. Stimmt, jetzt können die Herrchen gehen. Jetzt kommen es hin. Weil das in meiner Karriere natürlich absolut mein Highlight sein wird. Also, wenn im nächsten Jahr, egal, ob das jetzt ausverkauft wird oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, aber allein eine Stadiontournee zu spielen und sich das vorzunehmen. Wir sind jetzt bei 14 Terminen, die wir nächstes Jahr angehen. 14 Stadien, wo sonst Fußball gespielt wird. Ja, und zwar nicht Regionalliga. Aber es kann auch immer sein, dass es das jetzt noch erweitern. Also, das wird so mein großes Steckenpferd nix. Ich meine, ich spiele ein bisschen auf einem Putenstall. Ja, ja. Also, da muss ich jetzt kurz ins Olympiastadion, Reinhold gehen, 70.000 Leute. Wie viele Putenstellen musst du spielen? Wie viele Eier müssen gelegt werden? Mein Gott. Ist es ein Besonderes, was Besonderes draußen zu spielen, Open Air? Ja, definitiv. Hast du das Gefühl als Sängerin, als Künstlerin? Ja, also ich habe das so auch, ich wusste das auch vorher nicht. Also natürlich habe ich auch schon mal ein paar Open Airs gespielt, aber gerade im letzten Jahr haben wir eine große Open Air Tournee gemacht und die unterschied sich schon sehr deutlich von den Hallentourneen, weil, also wenn da natürlich auch noch das Wetter mitspielt, die Leute sind irgendwie gleich, man hat so eine ganz besondere Energie und man bekommt sie auch schneller. Also in der Halle ist es natürlich nicht sehr vielleicht auch daran, dass sie Sitzplätze haben, dass sie erst mal ein bisschen, ja auch was für die Augen und für die Ohren irgendwie, sie wollen einfach nur mal genießen und sind vielleicht nicht an allererster Stelle aufs Feiern aus. Das ist bei den Open Airs irgendwie ganz anders gewesen. Da wollten die von vornherein, ging da sofort die Post ab. Also es ist sehr spannend, ich mag beides und ich freue mich jetzt auch wieder auf die Hallentournee, weil ich genau weiß, wir müssen vom Programm wieder ein bisschen anders bauen, weil sie einfach ein bisschen aufmerksamer sein können, wenn sie wollen. Wenn sie dann eben sitzen, dann können sie auch eben nur schauen und genießen. Wir waren ja irgendwie, es gibt eine Parallele zwischen dieser massentauglichen NDR Talkshow, der auch Millionen Menschen erreicht, nämlich wir machen wie ihr auch eine Omrunde. Also ich habe gesehen in der DVD, Sie mit Ihren Musikern gehen in so einen Basketballer oder Fußballer, in so einen Clinch. Habt ihr da irgendwie, sagt ihr euch was? Barbara und ich nämlich auch mit den Gästen hier. Wir bringen die Gäste immer vorher und müssen immer voll... Hu, 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 hu. Aber dann läuft es eben auch. Ja, ich meine mit Frau Nehr, ich sehe... Ich meine, haben Sie auch Musiker in Ihrer Band, die so Persönlichkeiten sind wie Frau Nick zum Beispiel, die man erst mal einfangen muss und sagen muss, Junge, also das Publikum ist da vorne. Ne, was, was, gibt es, habt ihr einen bestimmten, habt ihr einen Text, den ihr sagt? Also wir singen kurz vorher, das ist, wir haben so einen, ja, das ist eigentlich unsere Tradition, wir machen einen großen Kreis, Tänzer und die Band, wir stehen alle zusammen. Wie viele Leute sind das? Im letzten Jahr waren wir, oh Gott, insgesamt, also die Band besteht aus neun oder elf, je nachdem, und dann noch acht Tänzer, also so knapp 20 Leute stehen da so im Kreis und ich sage dann einfach noch mal ein paar motivierende Worte und zu der jeweiligen Stadt auch für unsere amerikanischen Freunde. Reicht doch zusammen, sonst gibt es keine Kohle. Ja, weil zum Beispiel, wir sind jetzt in Berlin oder wir sind in Hamburg und dann sage ich ja, das ist, das ist halt hier so und so. Das ist immer noch Deutschland, das weiß man Amerikaner manchmal nicht. Woher habe ich? Ich meine so, also Schulbildung in Idaho, denkt ihr ja, ah, schon wieder vereint. Ja, 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 tatsächlich haben wir ein bisschen Aufklärung mit denen, weil sie sind gemacht, weil es sind ja alles noch sehr junge Tänzer gewesen und die kommen jetzt aber auch wieder mit und lernen Deutschland noch mal kennen. Gibt es Künstler, wo Sie als Zuschauerin im Stadion waren? Ich meine, das wird schwer für Sie sein, aber haben Sie Künstler im Stadion gesehen, wo Sie Fan sind? Im Stadion leider nicht, aber mein letztes großes Konzert war Bon Jovi in der O2 World in London. Das war eben auch eine Halle, es war kein Stadion. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern, wann ich mal im Stadion war und habe mitgefeiert. Fußball auch nicht. Ach doch, klar, war ja auch in London. Aber ja, BVB gegen Bayern. Das Champions-Handleague. Ich weiß, ich bin im Bildung. Ja, ja, mit dem erzähle ich das. Ihre Eltern und Ihre Schwester sind oft dabei bei Ihren Konzerten. Ist das Hilfe oder ist das manchmal auch eine Belastung? Nein, also wenn so lange Eltern und Schwester dabei sind, dann ist alles fein. Die kennen sich auch mittlerweile hinter der Bühne sehr gut aus. Da muss ich nicht noch dabei sein. Was anstrengend wird, ist, wenn man in der eigenen Stadt spielt. Also wenn jetzt Frankfurt zum Beispiel wieder ansteht und da meine komplette Verwandtschaft kommt und alle noch mal Hallo sagen wollen hinter der Bühne. Die kommen auch mit auf die Bühne dann so. Na, das Gott sei Dank nicht. Aber man kann sich nur knapp daran hin und wahrscheinlich auch so schön hier hinter der Bühne und so. Und alle fotografieren wahrscheinlich auch da, ne? Ja, weil Sie mich natürlich dann manchmal, also wir sehen uns manchmal ein Jahr nicht und dann sehen wir uns bei der Tour wieder und das ist dann ein großes Familientreffen. Jetzt der Echo. Ja. Sie moderieren den zum zweiten Mal? Ja. Ja. Ja, ich zog so ein bisschen zusammen, weil, also ich bin ja die Gastgeberin. Ich bin jetzt ja... Das heißt jetzt alles anders. Früher war man Moderator, jetzt ist man Host, Gastgeber. Ne, der Unterschied ist einfach, weil ich ja, ich kann das ja auch gar nicht so. Also ich bin Gastgeberin und führe ganz elegant an manchen Stellen durch den Abend, aber es tut sich... Das nennt man dann auch Moderatorin. Nee, weil die Show sich ja von alleine durchzieht. Die Nummer läuft und du stellst sie dazu. Die Show suchen Barbara eine Show, die sich von alleine moderiert. Das haben wir ja noch nicht hingekriegt. Aber Sie machen es zum zweiten Mal, Sie sind dreimal nominiert. Ja. Was, wer kommt denn da so? Können Sie ein bisschen das Tischtuch hoch machen? Ja. Ja. Ich darf ein bisschen was erraten. Also ich freue mich vor allem auf eine Künstlerin, die ich sehr schätze. Birdy, ein ganz junges, tolles Talent. Max Herre, Gregory Porter, die Fantastischen Vier, Peter Maffay wird da. Kylie Minogue auf Frauenpower ist absolut am Start. Elaissa wird natürlich jetzt dann auch da sein. Werden auftreten und, 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 und. Ein ganz bunter Abend. Ich würde gerne noch mal... Ich würde gerne noch mal auf Ihre Wirtmiss-Fraktion, Ich würde gerne noch mal auf Ihre Beliebtheit zurückkommen, Ihre Popularität, die ist wirklich so, dass man sagen kann, es mögen Sie ja nicht alle. Das gelingt ja kaum einem Künstler. Also selbst die, die immer sagen, ja, weißt du so, das ist zwar nicht ganz mein Geschmack, Komma, aber irgendwie finde ich die ziemlich gut. Das geht bis hin zu Magazinen wie dem Rolling Stone, wie ich weiß, die, was in Ihrem Plan, also wo Sie wirklich Crossover sind, neudeutsch im besten Sinne. Ich meine, man darf als Künstler nicht darüber nachdenken, woran liegt das, dass mir das gelungen ist. Aber die Frage stellt sich schon. Das ist ja nicht nur ein geniales Management, aber haben Sie mal nichts an der Repertoire, an der, ich meine, ich habe eine Show von Ihnen gesehen vor zwei Jahren und mir ist wirklich Spucke weggeblieben, weil das, was Sie auf der Bühne machen, ist wirklich amerikanisches Format. Das ist Showformat, das ich auf der deutschen Bühne von einer deutschen Künstlerin noch nicht gesehen habe. Aber so sieht eine kritische Frage eines NDR-Journalisten aus. Und es war noch nicht mal eine. Es war noch nicht mal eine. Die Frage kommt erst. Die Frage kommt, die diszipliniert sind sie. Das zu wuppen. Da muss man auch diszipliniert sein. Ich bin diszipliniert, ich habe schon mein Ziel vor Augen, aber ich vergesse dabei trotzdem nie den Spaß und die Leichtigkeit und die Fröhlichkeit dabei. Und Sie machen auch einen so nach so einer, ich meine, da geht doch viel Adrenalin weg, nach einer Show, die gut gelaufen ist. Da gehen wir nicht gleich wieder ins Hotel und sagen, ich muss morgen früh raus und so. Gibt es da auch mal in Ihrer Truppe ein paar Leute, mit denen man einmal einen draufmacht und so wie Reinhold in der Puten-Packerei, der mit seinem Drummer mal eins... Nee, da kommen Sie mal mit bei uns auf Tournee. Aber gibt es da Backstage, dass ihr mal einen draufmacht auch? Naja, klar, ich bin ja kein Unmensch. Aber es ist tatsächlich, dass es mittlerweile so ist, dass ich mich doch eher immer zurückziehen muss, weil ich eben diszipliniert sein muss. Denn gerade bei einer Tournee, auch so lustig das dann immer ist, wenn du natürlich drei, vier Shows am Stück spielst, dann muss ich halt immer ein bisschen auf meine Stimme aufpassen. Ich kann gar nicht so feiern, wie ich gerne würde. Das versteht meine Band, aber auch mittlerweile natürlich trinkt man mal einen Rotwein an der Bar. Aber dann ziehe ich mich eigentlich immer zurück. Ich genieße die ausgelassenen Partys dann doch eigentlich immer, wenn ich wirklich frei habe und wenn der Kopf auch frei ist. Wenn ich genau weiß, okay, ich habe jetzt in den nächsten Tagen keine Show und ich muss nicht singen und dann bin ich auch von innen einfach gelöster und kann es dann auch viel mehr genießen. Aber wenn Ihre Kollegen am Ende einer Show mit Ihnen verabredet sind, kommen Sie ja eh total zu spät. Weil ich weiß, Sie geben jedem Autogrammsuchenden noch ein Autogramm. Das wird bei der Arena-Tournee schwierig. Ja, das ist auch schon letztes Jahr schwierig gewesen. Also das ist, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich habe es nur irgendwann nicht mehr geschafft. Ich konnte mit dieser Masse und das hat sich ja dann irgendwann nicht mehr auf eine Stunde bezogen, Autogrammstunde nach dem Konzert, sondern ich kam dann manchmal um halb drei ins Hotel und am nächsten Tag musste man aber auch wieder auf die Bühne. Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo es irgendwie nicht mehr ging, weil, und ich habe im letzten Jahr auf der Sommer-Open-Air-Tournee eben auch keine Autogramme mehr gegeben, was mir wahnsinnig leidtut für die Fans, weil ich genau weiß, nur dieser kleine, klitzekleine Moment mit mir ist denen schon wahnsinnig viel wert. Es geht mir nicht anders. Aber, deswegen sind Sie die Tiefen nicht. Aber, es ging einfach nicht mehr. Sie haben gesagt, auf dieser DVD, die ich mir sorgfältig angeguckt habe, dass Sie sich ein bisschen mehr in die Texte auch einmischen, auch in die, in die. Und ich habe ein Lied, das mag ich sehr, wo das Leben tanzt. Und ich darf nur mal zitieren, Ich muss hier raus und einfach weg, habe mich zu lang versteckt, war wie ein Blatt im Wind. Ist das so ein bisschen auch ein Signal an Ihre Fans, Kinder erdrückt mich nicht oder ist das überinterpretiert? Ein bisschen. Ein bisschen überinterpretiert oder ein bisschen Signal? Nein, nein, kein Signal. Ich meine, ich muss damit ja auch als Künstlerin, Sängerin irgendwie damit leben. Das ist mein Job. Also, natürlich wird das jetzt immer mehr. Und eine Stadion-Tournee ist ja auch, ja, das ist schon ein großer Schritt. Und da stehst du eben vor Tausenden von Menschen. Deswegen ist leider dieser Schritt für mich so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wo ziehe ich jetzt die Grenze? Und wo, ich würde gerne, ich würde gerne wie früher, weil Fans, die mich von Anfang an begleitet haben, sagen, auch früher warst du halt noch immer irgendwie greifbar und man konnte mit dir mal sprechen. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Trotzdem möchte ich aber so viele wie möglich glücklich machen. Und ich kann natürlich mich zerreißen. Ich kann in kleinen Theatern spielen, da muss ich über jeden Tag spielen. Oder wo ich mir jetzt auch einen ganz großen Wunsch einfach mit erfülle oder ich gehe ins Stadion und ich mache jetzt mal, und ich mache damit irgendwie ganz, ganz viele Menschen glücklich. Wer kommt denn? Komm, komm, Hauptsache, also, äh, wer kommt denn? Also, wer kommt denn dahin? Nein, ich würde interessieren. Wie sehen die Fans aus? Sind das hauptsächlich, ich könnte mir vorstellen, das sind auch eben 50 Prozent Frauen, oder? Ähm, ja, viele, viele Frauen, ja. Viele Frauen-Grüppchen, aber auch junge Männer, die sich dann zusammentun. Das kann ich verstehen. Von bis, wirklich, ich kann gar nicht, ich kann... Es gibt nicht den typischen Helene-Fischer-Fan. Nee, es hat sich auch total geändert, gewandelt. Bei mir auch, früher junge Männer, jetzt ältere Frauen. Okay. Aber die bleiben jetzt. Ich wollte gerade sagen. Die bleiben die nächsten 20 Jahre. Frauen sind so treu. Ja. Wir freuen uns gleich, werden Sie auf dieser Bühne entschweben. Und das ist wirklich ein sehr schönes Lied, was Sie uns nachher vortragen werden. Das heißt, ein kleines Glück. Was waren denn so die Glücksmomente der letzten Zeit, die Sie einem größeren Publikum preisgeben wollen? Wir fragen selbstverständlich nicht nach dem Präsidenten. Ich kann das gar nicht pauschalisieren. Das sind tatsächlich einfach Augenblicke, Momente, die passieren. Und wo man sich wünscht, man hätte eine Flasche dabei und dann füllt man diesen Moment da rein. Und immer, wenn man traurig ist oder sonst was, dann macht man die Flasche auf und riecht dran. Also ich kann das jetzt gar nicht... Das waren zu viele. Das waren sehr, sehr viele. Und immer wieder kommen tolle Momente auf mich zu. Und deswegen geht es mir auch so gut. Also Sie werden uns jetzt ein Glücksmoment bescheren oder viele Glücksmomente innerhalb von, weiß ich nicht, drei, vier Minuten. Ich dürfte Ihnen schon mal bitten, dass Sie sich Richtung Bühne entfernen, vorher noch einen Gin trinken. Und mal bei den Fans ein schönes... Ja, was? Die trinken Gin? Mein Burkhard. Nein, die Bühne, da wartet schon. Ich moderiere Sie so lange an. Okay. So. Meine Damen und Herren, der letzte Song Ihres aktuellen Albums Farbenspiel, auf den wir uns jetzt freuen dürfen, der Song heißt Ein kleines Glück geschrieben vom Grafen von Unheilig. Und, meine Damen und Herren, es ist jetzt wirklich etwas ganz Besonderes, weil wir freuen uns, Helene Fischer auf der Bühne sehen zu können in einer ganz speziellen, exklusiven NDR-Talkshow-Version von Das kleine Glück. Freuen Sie sich, Helene Fischer und Band. Applaus Lass uns zusammen ein Stück gehen, Schenk mir ein bisschen Zeit. Erzähl mir deine Geschichte, die das Leben für dich schrieb. Erzähl mir alles, wenn du mit mir zurück siehst. Hast du das Glück für dich gefunden? Was war dein schönster Augenblick, bei dem dein Herz sich voller Zauber noch heute überschlägt? Und du lächelst, wenn du mir davon erzählst. Ich finde es schön, ein kleines Stück mit dir zu gehen. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, deine Träume und Gedanken will ich leben und verstehen. Ich würde so gern die Welt mit deinen Augen sehen und aus deinem Leben lernen. um einen Weg zu gehen. Ich lege den Blick auf deine Worte und finde es schön, dir zu zuhören. Trink mir, dass ein kleines Glück die Gezeiten übersteht und der Moment für immer unsterblich ist. Ich finde es schön, ein kleines Stück mit dir zu gehen. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, deine Träume und Gedanken will ich leben und verstehen. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, dass deinem Leben lerne, um einen Weg zu gehen. Lass uns ein Stück zusammen gehen, ich geb nicht deinen Worten hin. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, um einen Weg zu gehen. Ich würde so gern die Welt mit deinen Augen sehen, und aus deinem Leben lernen, und aus deinem Leben lerne, um einen Weg zu gehen. Ich trag deine Worte in mir und finde es schön, dir zu zuhören. Du zeigst mir, dass ein kleines Glück die Gezeiten übersteht. Ich fand es schön, ein kleines Stück mit dir zu gehen. Ich bin ein kleines Stück mit dir zu gehen. Ich frag mich, du kannst ein kleines Stück mit dir zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank, ein großartiges Tor, viel Erfolg auf der Stadion-Tournee, Arena-Tournee. Danke, vielen Dank. Und kommen Sie wieder. Ja. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Viele lieben Sie, manche haben auch Angst vor ihr. Sie ist Entertainerin, Komödiantin und Autorin. Und sie kümmert sich immer mal wieder thematisch in ihren Büchern. Ich glaube, es ist schon das Achte inzwischen um die Auswüchse der Gesellschaft. Und darüber werden wir auch heute widersprechen. Desiree Neck ist bei uns. Das neue Buch heißt, es hat einen sehr schönen und auch gelungenen Titel, der allerdings dem Unwissenden erst mal Rätsel aufgibt. Es heißt Neues von der Arschterrasse. Ist die Arschterrasse auch eines dieser Auswüchse der Gesellschaft, von dem ich gesprochen habe? Also man könnte ja die Arschterrasse auch Popoveranda nennen, von Latein Podex. Es ist so, ich habe bei meiner Recherche mal geschaut, was ist eigentlich nach dem Brustimplantat die weltweit verbreiteteste chirurgische Maßnahme. Und ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin auf das Arschimplantat gestoßen. Und es ist in der Tat so, dass durch Schönheitsideale, wie beispielsweise Jennifer Lopez, Rihanna, Beyoncé, Kim Kardashian, sich eine völlig neue Ästhetik entwickelt hat, was man ja auch an der Shapewear sieht. Also Frauen tragen ja heute wattierte Pus, Hüften von Spence oder so. Und das wird dann natürlich, ja, wenn es durchgeschwitzt ist, baumelt das dann am nächsten Morgen auf der Wäscheleine. Und alles, was man so anhatte auf dem roten Teppich, wird erstmal rausgenommen, runtergenommen und in eine Schublade gelegt, bevor man schlafen geht. Und davon nehmen natürlich Profis Abstand und lassen sich gleich richtig operieren.